Das Wochenendwetter wird präsentiert vom Café vor dem Mühlentor. Ja, das Wochenende zeigt sich so ein klein bisschen durchwachsen. Wir haben ein kräftiges Tiefdruckgebiet über den Nordmeer und ein Hochdruckgebiet über den südlichen Mitteleuropa und wir stecken da so ein bisschen in eine Zwickmühle drin. Aber dieses Hochdruckgebiet sorgt dafür, dass die Fronten, die rangerauscht kommen, so ein klein bisschen abgebremst werden. Es sieht so aus, dass der Sonnabend früh, dass wir da hier hin und wieder mal ein bisschen Bodenfrost haben können. Und weil es noch ein bisschen feucht ist, müssen wir damit auch rechnen, dass hier und da auch mal ein bisschen Glätte herrscht. Also wer morgen früh, also am Sonnabend unterwegs ist, sollte das auf dem Schirm haben, dass es stellenweise mal glatt sein kann. Also Temperaturen sind zwar im Luftbereich so bei zwei Grad, aber am Erdboden, da kann es durchaus minus ein, minus zwei Grad werden. Im Tagesverlauf, da wird es nicht so viel wärmer. 8 Grad, das ist das Ende der Gefühle. Ich setze mal so den Maßstab 6 bis 8 Grad. Dazu gibt es viele, viele Wolken. Wenn wir Glück haben, nur ganz großes Glück, wird sich die Sonne durch die Wolkendecke so ein bisschen durchmogeln. Und ganz, ganz vereinzelt kann man auch ein vereinzelter Regentropfen oder ein bisschen Nieselregen fallen. Aber die Niederschläge sind nicht der Rede wert. Also das wird nicht allzu viel. Wind kommt aus südwestlichen Richtungen, weht in allgemeinmäßig, kann zeitweise mal ein bisschen auffrischen, insbesondere in der zweiten Tageshälfte. Ja, in der Nacht zum Sonntag ist es dann wieder mit den Frost gegessen. Die Temperaturen werden nicht groß absinken, werden so bei 6 Grad hängen bleiben. Und dazu gibt es viele, viele Wolken noch und vielleicht auch mal hier und da mal ein kleiner Schauer, aber nicht allzu viel. Wie gesagt, der Wind wird ein klein bisschen zunehmen in der Nacht, aber das wird auch nicht so sein, dass es jetzt hier unbedingt stürmisch wird. Der Sonntag dann ein bisschen durchwachsen hat. Dann kommt die Kaltfront. Dann haben wir so ein Mix aus Sonne, Wolken und nur einzelnen Schauern. Der Wind dreht dann auf westliche bis nordwestliche Richtung, ist zeitweise ein bisschen ruppig, aber nicht allzu stark. Also das ist durchaus ein Tag, wo man durchaus mit was anfangen kann. Also nicht durchgängig schlecht. Ja, wie sieht's denn in der nächsten Woche aus? Da bleibt uns dieses wechselhafte Wetter erhalten. Die Temperaturen werden so im Bereich 10 Grad bleiben. Auch der Sonntag habe ich vergessen zu sagen, die Temperaturen auch so Wetter um die 10 Grad. Und das sieht für die nächste Woche ähnlich aus. So Mix Sonne, Wolken, einzelne Schauer und die Tagestemperaturen im Bereich so 8 bis 10 Grad. Frost ist erstmal nicht zu sehen. Müssen wir bis nächste Woche warten. Vielleicht kann ich da was sagen. Bis dann. Das Wochenendwetter wurde präsentiert vom Café vor dem Mühlentor. Egal wie das Wetter wird, hier können Sie ankommen, loslassen und sich wohlfühlen.